Was ist das Spiel in der ersten Halbzeit? Also aus meiner Sicht würde ich sagen, das Spiel in der ersten Halbzeit doch zu Anfang aber gut begonnen, haben gut Druck gemacht, haben gut über die Außen gespielt, das was wir uns vorgenommen haben, weil wir wussten eigentlich, dass sie sich hinten reinstellen, Tabellenletzter und wir kennen sie aus dem Hinspiel. Wir haben dann nachher nach einem schönen Pass das 1-0 gemacht, kurz vor der Halbzeit, dann wieder kurz danach haben wir dann schön noch einen hinten rein gekriegt, völlig unnötig. Naja, in der ersten Halbzeit war ich eigentlich mit der Leistung zufrieden. Wir haben dann kurz vor der Halbzeit noch das 1-1 gemacht und insofern war die erste Halbzeit in Ordnung. In der zweiten Halbzeit konnten wir dem Druck der Walddörfer nichts mehr entgegensetzen und im Endeffekt haben wir dann verdient verloren. Und in der zweiten Halbzeit war eigentlich klar, dass wir wirklich Druck machen müssen, weiter Druck hochhalten, weil die waren schon wirklich kaputt, die haben geschnauft und der Gegner war wirklich nicht mehr in einer guten Verfassung. Und da habe ich gesagt, wir brauchen nur Geduld. Was soll ich dazu sagen? Ist jetzt 4-1 besser als 5-1, das ist egal. Wir haben nach dem 2-1 nochmal versucht etwas entgegenzusetzen und hatten einfach nicht mehr die Mittel und die Kraft. Und dann lässt die Konzentration nach, die Kraft nach, die Fehler kommen hinzu und dann fängt man sich eben, wie ich finde, immer zu viele gegen Tore. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber es ist halt bei uns im Moment so. Hätte auch durchaus noch ein, zwei Tore höher sein können. Wir hatten ja noch reichlich Chancen, die wir haben liegen lassen, aber in der Höhe definitiv verdient. Also es ist schon so, dass wir uns der Situation insgesamt schon vor der Saison bewusst waren. Dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das hier. Es hat also viele Abgänge gegeben in der neuen Saison. Wir haben uns nicht nennenswert verstärken können, haben unglaubliches Verletzungspech. Von daher geht hier die Welt nicht unter, wenn wir absteigen. Wir werden weiter versuchen, uns zu verbessern und das ist einfach die Aufgabe für uns. Von Spiel zu Spiel, die Fehler abstellen, besseren Fußballspielen. Und wenn am Ende der Abstieg dabei rauskommt oder der Abstieg nicht dabei rauskommt, ist das okay. Aber hier geht die Welt nicht unter, wenn wir doch absteigen. Ja, wenn ich jetzt sage nicht Abstieg, glaubt mir das eh keiner mir. Klar, wir wollen oben dran bleiben. Jetzt, wenn man schon zur Halbserie oben dran ist, als Dritter mit 33 Punkten, fielen wir jetzt über Nacht als Zweiter, ist ja auch mal schön. Hält man den Druck hoch und wir gucken, was kommt. Wir wollen noch nichts weiter sagen, keine Ahnung.